die minecraft skyblock survival challenge part 3 hallo herzlich willkommen zurück ja letztes mal haben wir also gestern die brücke ein block bis vor die sandinsel gesetzt und haben auch schön hier eine wundervolle treppe unter zu unserer stein plattform gebaut die plattform hier will ich das ist auch geil wie groß ist denn der bauch hier an der ecke passt im moment ich will jetzt nicht springen und etwas riskieren das sieht so aus als ein passender wird dann auch augenblicklich von mir gefällt den kanten schlage ich erstmal alles weg ich glaube so bekomme ich kein item daraus oder lasse ich das mal lieber und hier bekommen wir noch schön holz noch mehr holz gut dieses legen wir jetzt aber endgültig in skulptur ab ein sapling sehr schön wieder vier saplings und hoffentlich noch ein paar äpfel die auch wir haben wir hungern ja gerade das heißt ich würde noch einen äh einen apfel essen wir sind wieder fast ganz satt noch zwei saplings das ist finde ich sehr schön wie viel steine haben wir nicht genug für mein vorhaben gut dann dürfen wir erst mal wieder steine fahren jetzt gott sei dank endlich wieder holz das gleich zu beginn des dritten part so fast schon zu schön um wahr zu sein verbrennt und nicht alle nein 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 ich sterbe nicht sterben nicht sterben da rein gut 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 immerhin regnet jetzt nicht unser leben noch schön und ja wir kloppen und kloppen und kloppen hier so ja also mit den cobblestones schaut zu doch ziemlich gut aus hier oder ja wieder 31 stück und es fehlen noch zwei blöcke dann haben wir einen weiteren auftrag geschlossen nämlich sammelt 42 cobblestones einen stack voll ich glaubt dass es dabei war so hier ganz offiziell 42 cobblestones gesammelt ein stack voll also wir haben es uns so gedacht also es gibt ja sehr sehr viele sammelaufgaben hier in der skyblock challenge werden uns dann so gegen ende falls wir etwas mehr erreicht haben eine zweite truhe bauen die dann sozusagen und dann tastbar ist also da da steht ein zombie den werden wir jetzt sofort töten gehen egal was ich gerade sagen wollte aber das ist ein enderman zwei zombies okay fall nicht runter nein du fällst auch nicht runter ich will deine items haben dann stirbst du mal so hart war die zombies doch noch nie so bloß nicht den enderman direkt anziehen wegkriegen und wegrennen 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 ich ja ich baue mal einen ofen jetzt nur mal so für den fall dass wir irgendwann mal an einem schicksalshaften tag genug holz haben und ohne schlechtes gewissen mein ähm ding ähm also kohle machen können dann werde ich hier ja also dann werde ich hier kohle herstellen fackeln und den kompletten weg der hinten ausleuchten ich habe keinen bock auf mobs wir fahren jetzt mal weiter mal gucken was wir alles bekommen ob das geht auch mal gut hier und ja ich bin ja gerade in so einem kleinen bisschen angespannt wegen den mobs aber noch ein skelett gott die kann ich nicht leiden Ah, bitte kein Skelett. So, ja. Läuft, läuft. Wir bauen hier weiter unter ab. Oder, ja, ich glaub, bei der Anzahl an Cobblestones belassen wir das dann auch. Gut, was können wir sonst noch machen? Ich muss den Apfel essen. Ich muss ihn essen. Mist. Den Gegner kann ich jetzt nicht machen. Ich kann höchstens vorsorgen, dass die nicht voll durch bis zu mir kommen, indem ich den hier mache. Und ja, eine weitere Aufgabe in der Skyblock Challenge war es, eine Plattform, ich glaub, 24 Blöcke weit von meiner Hauptinsel aufzubauen, auf der Mobs, also auf allen feindlichen Mobs, spawnen können. Ach, das mach ich jetzt. Damit werden dann elf Blöcke. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Gut, und... Ne, ich nehme dann nur die Hälfte mit, ich will ja auch abgesichert sein zum Halbwegs. Weil es ruckelt. Zu elf haben wir. Zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebenzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, sehr schön. Gut, dann baue ich hier mal eben eine kleine Plattform aus den Blöcken, die wir noch haben. Die wird dann einfach mal, ähm, ja, recht breit werden. Wir sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut, dann werde ich sieben mal sieben machen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm, es schneit. Ich hab keine... Ja. Das heißt wohl, dass es da hinten regnet, oder? So wie ich Minecraft kenne. Nein, hier schneit es überall. Juhu, wir haben Schnee. Ich mag Schnee nicht, überhaupt nicht. Oh, ich hoffe mal, uns Kred Lava kann davon nicht zum Kabel zu werden. Und deshalb packe ich die, solange es schneit, einfach mal hier rein. Aber ich glaube nicht, dass es so gedacht war, dass es hier jetzt schneien soll. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Na ja, egal. Wir nehmen hier mal wieder die Hälfte unserer Steine und bauen hier hinten weiter. Wasch, nee? Das kommt mir jetzt wieder so verdächtig nach Minecraft 1.1 vor. Das hat... Ähm... Hier mach ich dann gleich weg, wenn ich die Spitzhack mitnehmen. Das hat ja da irgendwie alles verändert. Plötzlich kam... Er hat... Er hat in Regionen geregnet, geschneit, wo es zuvor noch geregnet hat und... Ja, ich finde das einfach nur kacke, kacke, kacke. Mir gibt es dazu nichts zu sagen, kacke. Gut, dann... Waren wir das denn noch schnell fertig. Ich will das hier mit. Nee, warte mal. Drei lass ich mir wie immer da. Drei und Holz. Kann ja nie wissen. Ich werde diese Challenge hier wirklich extrem vorsichtig angehen. Ich will, dass sie ein bisschen länger dauert als nur drei Parts. Und ich hoffe, dass Izzy auch darauf aufpasst. So, komm. Ah, das reicht nicht. Und dann... Ja, toll. Gut. Wir haben nicht genug Cubble Stones dazu. Es ist eh schon Eis. Wahrscheinlich wird der Block deswegen immer wieder zu Eis. Dass alles dieses widerliche Schneegebiet ist. Wenn die Gegner... Doch, dass Zombie lebt. Ansonsten scheint keiner mehr zu sein, oder? Nee. Okay, ja. Viel mehr können wir jetzt eigentlich auch nicht mehr tun. Was ich recht schade finde. Ah, Gott, bin ich blöd. Die Lava schmilzt mir ja den ganzen Schnee weg. Da kann ja nichts passieren. Gut, das ist ein relativ gutes Zeichen. Dann farmen wir mal... Ach, komm, geh weg. Fahren wir mal eben noch ein bisschen weiter. Kann ja nie schaden. Davor mache ich mir jetzt noch eine neue Spitzhacke. Ja, was mache ich denn da? Ich bin auch mal so ein Toller hier. Das hier alles dann schön hier rein. Okay, hier liegt jetzt überall Schnee. Und... Hä, ich mag Schnee nicht. Wie schön, wir haben wieder... Oder, komm. Spitzhack hier. So, noch schnell fertig gemacht. Dann baue ich hier hinten mal noch schnell fertig. In der nächsten Nacht können wir hier dann... Gegner farmen, falls wir nicht sterben. So. Ähm... Nein, wir brauchen nur zwei Erdblöcke. Oder... Ne, nur einen. Na, reicht schon völlig. Denn... Diese Plattform hier werden wir einfach mal dezent abschließen. Zack. Hier kommt dann auch kein Mob durch. Außer vielleicht eine Spinne. Müssen wir den Block dann nur entfernen. Und schon kommen wir hin. Gut. Jetzt haben wir so eine Truhe. Was können wir jetzt noch machen? Cobblestones haben wir nur vier Stück. Naja, ich würde mal sagen, ich farm hier weiter Cobblestones. Man kann hier wirklich nie genug davon haben. Und... Ja. Izzy, ich weiß ja nicht, was du für den nächsten Part so alles vorhast, aber... Ich hoffe, dass du ab und zu mal hier Cobblestones farmen gehst und nicht stirbst. Komm. Ach Gott, die Geräusche hier gefallen mir überhaupt nicht. Die nerven. So. Äh, ja. Du mich auch. Gut. Tschönen und Cobblestones sammeln hier. Ich glaube, das machen wir noch eine gute Minute lang. Oder zumindest ein paar Sekunden. Bis wir ein paar haben. Das war's dann mit meinen drei Folgen der Skyblock Challenge. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu schlecht geschlagen habe. Und ich hoffe, dass Izzy auch nicht gleich stirbt. Das auch recht gut macht. Und, ähm... Essen besorgt. Irgendwie. Irgendwo. Das verrottete Fleisch würde ich hier nicht gerne essen. Denn das würde uns schon hier halber umbringen. Gut, also dann verabschiede ich mich hier von euch. Hier ist heute kein langer Reden schicken. Schaltet einfach dann morgen am Freitag bei Izzy ein. Ähm, natürlich wird alles in der Playlist. Müsst einfach nur draufklicken. Für die, die es nicht schaffen, warum seid ihr überhaupt auf YouTube. Und, ja. Wiederschauen, reingehauen. Tschau, Leute. Ähm, da. Stopp. Tschau, Leute.